Kristall, 30, meldet sich bei seinen Fans zurück. Für den Comedian stand eigentlich ein großes Ereignis bevor. Nach knapp zwei Jahren Pause wollte der Entertainer wieder auf Tour gehen. Leider musste er zumindest die Shows in den kommenden drei Monaten absagen, weil er am Fuß operiert werden musste. Jetzt, nach der OP, gab der Komiker ein Lebenszeichen von sich. Chris hat den Eingriff gut überstanden. Auf Instagram teilte der 30-Jährige ein Update nach der Operation. Keine Komplikationen. Mir geht es gut, habe aber keine Ahnung, wo ich hinschaue. Vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten. Bin bald zurück, schrieb er zu einem Foto, auf dem er leicht bedröppelt, aber doch erleichtert aussieht. Seine Fans waren sehr erleichtert darüber, dass es Chris gut geht. Na Gott sei Dank, dass alles gut verlaufen ist. Also, werde ganz in Ruhe wieder fit. Weiterhin gute Besserung, schrieb beispielsweise ein User. Vor knapp einer Woche hatte der Spaßvogel auf Instagram bekannt gegeben, dass er operiert werden muss und die kommenden Shows deshalb erstmal ausfallen müssen. Für mich ist das wirklich schlimm, ich verzweifle sogar ein bisschen, hatte Chris zugegeben. về 당시 04% 05% 07% 05% 05 — 05% 05% 05% 05% 05% 05% 06%